Und wenn wir das dann hinter uns haben, bleibt uns nur noch der tolle Altarraum in Malekivs Palast. Es soll geschehen! So, ist die große Frage, können wir dich immer noch töten? Irgendwie hättest du es ja verdient, nimm. Ja, all diese verfluchten Elfen, die zerstörten Zwergenzitter, denen es verursacht hat, Kulturen, die ausgelöscht wurden wegen euch, nimm. Das war's, ihr werdet für eure Schandtehalten zahlen. Mögen die Götter euch gnädig sein! Na, komm mal hier runter, hier unten lässt sich besser kämpfen. So, das war sehr befriedigend. Mal gucken, waren wir lang genug weg und von ihm... Ja, willkommen beim dreckigen Lev, mein Herr. Wir haben heute eine feine Auswahl für euch. Ist mein Schild schon fertig? Ja, hier ist es, ungeduldiger Sohn, er ist ab und Lev. Danke, kann ich eure Waren sehen. So ja, er hat noch einen Erdkohler-Panzer, er hat eine Seelen-Essenz. Also zwei Stück. Und, ja, äh, ich hätte eigentlich, bevor ich nem getötet habe... Na, so ein Käfer-Schild. Für dich wär's was. Na toll, für dich ist es auch schlechter. Äh, so hat sich das fast nicht rentiert. Und abkaufen würdest du es sonst auch nicht. Viel wert ist es ja nicht mal, ey. Aber ja, laden wir nochmal kurz... ...den Quick-Safe. In Ordnung. Zeig doch mir nochmal, was du eigentlich hast. Und, ob du mir was abkaufst. Also, ne, danach so ein Käfer-Panzer, den will sie nicht haben. Erwaren. Also, sie hat ein paar Öle, sie hat Zauber, die uns halt nix bringen. Sie, sie hätte, ähm, Bolzen und Kugeln. Und, wenn ganz ehrlich, die sollten wir nehmen. Auch die beißenden Bolzen am besten. Und feierliche Pflicht. Vielleicht trägern wir Immunität gegen Verwürrung. Oh, gegen Kreaturen der äußeren Ebene. Es ist zwar sehr teuer, das Ding, aber ich kauf's mal. So. Also, erst mal unsere Munitions... Oh. Gib mal Bolzen raus. 160. Wie sieht's bei den Kugeln aus? Können wir auch welche noch vertragen? Behälter öffnen. Kugeln. Erst mal 79. Und dann nochmal 80. So. So. Munition. Hm, 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 hm. Ja. Chance der Gegner mit einem einzigen Schlag zu enthaupten. Äh. Okay. Wie kein Vorwärts. So, dann können wir hier drin nochmal rasten. Weiter. In Ordnung. Oh ja, jetzt, äh... Ja, eigentlich nimm töten. Also, erst einmal uns von ihm das Schild holen. So. Das können wir wegpacken, das Schild. Jetzt können wir sie noch... Oh, das ist ein Ehr. Ja, heutiger Hund, ihr seid für den Tod von Tausenden und Abentausenden verantwortlich. Ihr habt vielleicht wunderte von Jahren so geliebt, aber ich lasse euch nicht so einfach gehen. Genau. Eine Schande, dass ihr gewalttätig werden müsst. Hm. Dein Befehl in Ordnung. Guckt sie von da oben runter oder eher? Ja, da kommt er. Ich glaube, es ist ein Ehr. Ich kann es nicht genau erkennen. Ja. Muss ich ja zugeben. Die Sache ist nur, die... Er stirbt sehr schnell. Ja, wir haben eigentlich alles von ihm gekauft, was besonders war. Weiter. Aber ganz ehrlich, nach allem, was wir gesehen haben und was passiert ist in der abgetretenen Hand und hier... Wenn wir hier reingehen, kommt er dann auch gleich wieder aufgestanden. Weiter. Ja. In Ordnung. Ja. Was macht man eigentlich mit ihm hier? Da können wir jetzt noch gar nichts mit ihm anfangen. Gewiss. Was treibt ihr denn noch untergeglich für den Brüllen noch? Es soll geschehen. Was macht man eigentlich mit ihm anfangen? Ach ja. Ja, wieder. So. Zwei Zwergenstattungen machen diesen kleinen Minenausgang. Die Raugesitze gearbeitet, dass sie hinterher vorbeikommen zum Musternschein. Also ja, da geht es zum Markev's Palast. Da geht es zur großen Schmiede und da geht es zur großen Schmiede. Ich glaube, wir nehmen den unteren Weg zur großen Schmiede. Ein großes Wasserrad steht bewilligungslos im Aquädukt. Das Wasser darum ist abgestanden und warm und fleckig vom Schwefel und Staub. Okay, dann gucken wir mal. Was erwartet uns hier? Ein Salamander. Was, elementare? Hi. Ihr Materie habt den falschen Weg eingeschlagen. Alle Materie, die diese Portale schließen wollen, sterben durch die Elemente. Hey, wir versuchen nicht eure Portale zu schließen. Wenn ihr versucht, an mir auch nur ein Haar zu krümmen, dann beförder ich euch mit einem Schlag so schnell auf eure Heimathebe zurück, dass ihr wünscht, ihr wärt in Eis eingeschlossen. Ich bin nur der Schlimmste, ich habe keine Ahnung. Das sind Lüge. Sagen wir mal, hey, wir versuchen nicht eure Portale zu schießen. Vielleicht nicht, aber ich bin heute in keiner vertrauenssinnigen Stimmung. Ich habe kein Lidlein mit euch, Materien. Das kostet die Flammen, die ihr so leichtfertig missbraucht. Mögen die Götter mich schützen! Dieses riesige Fass scheint mit außerordentlich klarem Wasser gefüllt zu sein. Mögen die Götter mich schützen! Ich bin jetzt lustig, die Salamander verletzten gerade die Erd-Elementare. Okay, Erd-Elementare haben eine böse Keule. Oh, da kommt jetzt noch ein Feuerelement klar. Was du von mir willst. Worum handelst du verstanden? Oh, Stufenausstiege. Ist etwas nicht in Ordnung? Aber erstmal... Heilung. Das wollte ich nicht. Ich wollte Heilung auf sie sprechen. Diese Flange scheint absichtlich verbrannt vor uns zu sein. Dieses riesige Fass ist mit großem Stein gefüllt. Dieses riesige Fass ist mit geschmolzenem Gestein gefüllt. Vita-Mögen... So... Kurzer Quick-Safe. So, dann gucken wir mal. Stufenerhöhung. Ergebnisse des Aufstiegs... Rüstungs... Äh, also Rettungswürfe reduziert. ETW reduziert. Handauflegen verbessert. Trefferpunkte sagen Kunde. Das heißt, keine neuen Zauber. Nö. Bei ihr. Auch Rettungswürfe, auch ETW, Sagenkunde, Trefferpunkte. Ja. Stufenerhöhung. Eine zusätzliche Waffenfertigkeit. Mach Kampfstab von mir aus. Gerne. Und ich hab nicht geguckt, was wir an Zaubern kriegen. Nee. Egal. Nochmal so ein. Jetzt haben wir hier zwölf. Ah, ruhig noch eine Stärkung. Wobei... Einen hiervon, bitte. Äh... Vereinte Stärke brauchen wir nicht unbedingt. Tote Blämmen haben wir ja wieder rausgenommen. Gefallen des Elmaters. Nee. Heiliger Schlag. Ja, das ist dann doch schon eher was. Hier nix Neues. Hier nix Neues. Hier. Chaos, Schild, Heilung. Wäre nicht schlecht. Und auf sieben haben wir nix. Gut. Die Map ist relativ groß. Und es gibt nur den Weg hier lang über die Bucke. Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist. Dein Befehl in Ordnung. Wenn es dein Wunsch ist. Wenn es dein Wunsch ist. Von der Wunsch ist. Und das ist ein Wunsch ist.